Das Erfolgsgeheimnis ist mit Sicherheit, dass ich das Ziel, das ich habe, verfolge. Wenn man nicht dahinter steckt, kann man keine Leistung bringen. Rückschläge muss man wegstecken und neu ansetzen. Ein großer Faktor ist die Menschlichkeit. Es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man immer offen miteinander umgeht. Es ist ganz wichtig, dass man dran bleibt, die Ausdauer hat und hartnäckig Ziele verfolgt. Die unternehmerische Fitness kriege ich durch sportliche Aktivitäten, wo ich die Gedanken schweifen lassen kann.